eigentlich ist es ja nicht schwer man will ja versuchen ohne irgendwelche komplikationen ja wo ist er nein 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 stehe bleiben ja du mich auch in der ecke ist nichts beleid da muss ich dich enttäuschen ja aber was macht doch das aua nein 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 okay wir merken wir wissen auf jeden fall dass das auf der rechten seite nicht weiterkommen das heißt wir müssen dahin wo er wegkommt ja auch und das bett aber jetzt ist auf einmal licht in dem raum wir müssen da hinten wo der weg kam das kann doch nicht wahr sein macht doch die tür zu kameran schwarz nicht wo los ja 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 ich weiß nicht wo ich dahin muss das ist irgendwie irreführend gerade jetzt bin ich da abgewohnt dachte da käme ich lang aber das kräft auch nur im kreis ich musste aus diesem sicherheitsdings raus und hinten links wo er weg kam oder gibt's das heißt ich muss gleich mal rennen ja ja jetzt ist grad daher gelaufen oder nicht das ist jetzt gerade daher gelaufen oder nicht ja 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 nicht ja Ach, Mann. Ah, Mann. Der Typ, der nervt einfach nur noch. Kommt da rein. Nein, das kann doch nicht. Kommt raus. Komm weg. Ja. Gut, oi, oi. Oh, hab ich da gerade verarscht. Der kommt doch von hier hinten. Das ist ja der nix. Yo. Moppelkotze, Alter. Was häng ich denn hier fest? Aua. Was ist das denn hier? Oh, heftig. Hier ist das ein Müll. Wo muss ich denn jetzt? Jeder. Was häng ich denn? Hier steht aber auch nur Scheiße. Ich könnte kotzen. Da hängt doch irgend so eine Kacke fest, ey. Oh, ich bin... Da war doch frei, Mann. Was soll denn der Quatsch, ey? So ein Kackkäse, Alter. Mann, mach auf. Komm mal runter hier. Schnell. Mann. Wie kommt man denn da raus? Was ist das? Papier, Engel. Ach, schwarz. Ach, schwarz. Ach, schwarz. Okay, er dampft wieder zurück. Ach, schwarz. Ach, schwarz. Ach, schwarz. Ach, schwarz. Ach, schwarz. Ach, schwarz. Ach, ne. Ach, ne. Ach, schwarz. Ach, schwarz. Ach, schwarz. Ach, schwarz. Beide. der lange zu punkten im gefängnis da ist so es muss wieder zurück ja lasst doch noch darunter ja 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 Jawohl, jawohl! Den muss ich weg, aber ich muss in diesen Funkraum mal einhalten. Ich weiß jetzt noch nicht, wo er da lang ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier rein musste. Nein, was machst du denn? Geh da rein! Ach du Scheiße, der holt mich jetzt bestimmt hier raus. Du fühlst mich! Da muss ich vorher raus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier rein musste. Oh, da geht's zu dem anderen Schrank. Ich bin extra hier rein, weil er von hier aus, von dem Fenster, aber da kann ja beide Schränke eigentlich einsehen. Von dem Fenster aus, von der Tür. Oh, das Licht auch nicht. Ich seh nix. Komm mal, er ist jetzt hinten rein gegangen. Da geht's nicht lang. Da geht's nicht hin. Da geht's nicht hin. Oh Leute, ich bin ein Charakter. Ich bin schief, ich bin. Ich bin schief. ja ich wusste ja ich weiß dass ich wohin soll ja 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 musste ich jetzt hier lang dann ist es aber jetzt Speichert. Okay, wir mussten... Oh, what? Really? Darf er die Hetzjagd? Kein ist offen. Ich weiß das natürlich nicht, wo ich hier lang muss. Ich lasse es aber, die Kamera versuchen, so in Microsoft-Möglich auszulassen. Okay. Hier rein. Oh, was war das? Ich bin jetzt draußen irgendwo. Gefällt mir das oder gefällt mir das eher weniger? Draußen hast du wieder wahrscheinlich irgendwo einen oder welche, die dir ans Leder wollen. Speichert. Okay. Oh, ich sehe ja gar nichts hier. Ist ja alles vernebelt. Okay, da... Da sieht ja... Hey, hier unten liegen Leichen. Ah, hier geht's gar nicht weiter. Innenhof. Keller zu. Hast du was für mich? Oh, Mann. Oh, Mann. Wir sind, wir haben keine Schuhe an, ne? Also hier ist offen und da hinten ist offen. Oh, Mann. Alter, hab ich Schiss in der Buchse gerade. Okay, Kette, da kommen wir nicht raus. Wo sind wir denn? Wir sind da rein. Achso, wir müssen da runter. Nee, warte mal. Hier. Was? Was zum Geier war denn? Ach, Alter. Was war das? Warte, jetzt gehen wir zurück zu dem großen Tor, was hier vorne war. Alter, das ging ja überhaupt nicht klar gerade. Was war denn das? Wo war das denn? Hä? Achso, hier rein und dann links. Okay. Alles wie bei Outlast. Hast du auch so eine Abteilung, wo du durch den Garten musst? Alter, wer hat mich denn da von hinten angewöhnt? Okay. Da kommt man nicht weiter. Er hat schon versucht. Okay. Wow. Wie haben die die Tür denn da? Alles zu hier. Wir müssen hier hoch. Aber das ist da, wo wir gerade waren. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.